Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt gleich los geht mit einem neuen Video von Modern Value Investing. Wie immer der Hinweis, dieses Video ist nur meine persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Ihr müsst euch immer eine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum kommen zu mir in den Community Talk, weil sie suchen Qualität zum guten Preis und sie stellen ihr Depot dar. Leider hat sich von euch niemand für den Community Talk beworben und deswegen machen wir heute eine Unternehmensvorstellung und keinen Community Talk. Aber wie immer hiermit recht herzlich die Einladung, kommt zu mir in den Community Talk. Wir sprechen gemeinsam über dein Depot und stellen es dann natürlich auch der Modern Value Investing Community vor. Aber heute sprechen wir über Coca-Cola und wir werden uns anschauen, ob der Slogan Mach dir Freude auf auch Freude für dein Depot bedeuten könnte. Als allererstes, wie immer, wie gehen wir vor? Wir schauen uns das Geschäftsmodell und die Fakten an. Betrachten jetzt dann natürlich die News, die verschiedenen Strukturen und nehmen eine Verteilung der Umsätze innerhalb der Segmente und den Regionen vor. Dann schauen wir uns die wichtigen Kennzahlen an und betrachten die Aussichten. Im Anschluss dazu, wie immer, einmal eine Betrachtung nach Peter Lynch, den Levermann-Score werden wir ermitteln und den Petrovski-F-Score und zu guter Letzt, wie immer, was könnte für und was könnte gegen eine weitere Betrachtung der Coca-Cola Company sprechen. Fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. The Coca-Cola Company ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit rund 500 Marken. Also wir sehen, wir haben ein spezifiziertes Portfolio auf Softdrinks. Ich weiß, es gibt auch teilweise jetzt schon in Japan Versuche, das mit Alkohol zu verkaufen. Aber wir sind eigentlich ein Softdrink-Hersteller mit über 500 Marken. Also wir sind dort sehr breit aufgestellt in diesem Segment, in dem wir tätig sind. Gehen wir weiter. Wie sind eigentlich die Fakten? Wir sehen, das Unternehmen wurde 1892 gegründet, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 176 Milliarden US-Dollar und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von 31,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet mit 61.800 Mitarbeitern. Bei den News sehen wir folgendes. Einmal, Anfang Januar hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass sie von der White Bread PLC die Kaffeekette Costa kaufen für 4,9 Milliarden US-Dollar. Dazu kommt, dass sie im Februar bekannt gegeben haben, dass Coca-Cola mehr verdient hat, aber der Geschäftsausblick war enttäuschend für die Analysten und für die Anleger. Dazu kommt, knapp 10 Tage später hat man bekannt gegeben, dass man die Dividende erhöhen wird und ein neues Aktienrückkaufprogramm starten wird. Dies passiert oft von Unternehmen, wenn der Geschäftsausblick gesenkt wird oder enttäuscht, dass sie dann sowas starten wie ein Aktienrückkaufprogramm. Jetzt schauen wir uns die verschiedenen Strukturen an. Und hier sehen wir beim Chart, wir haben starke institutionelle Investoren dabei mit 400 Millionen Aktien. Warren Buffett persönlich mit der Berkshire Hathaway ist investiert und hält knapp 9,4% der Coca-Cola Company. Dann kommen natürlich wie immer die üblichen Verdächtigen, sprich Vanguard, BlackRock oder auch zum Beispiel Wellington Management. Gehen wir weiter. Beim Chart sehen wir, dass wenn man vor 5 Jahren 1.000 Euro investiert hätte, man eine Rendite von 46,1% eingefahren hätte, sprich aus 1.000 Euro Investment wären geworden 1.461 Euro. Mit der Dividende sieht das sogar noch ein bisschen besser aus. Da wären aus den 1.000 Euro 1.746 Euro geworden, sprich eine Dividende von 74,6%. Die Dividende wird aktuell viermal pro Jahr bezahlt. Für das Jahr 2018 hat man eine Dividende von 1,56 Dollar bezahlt und die aktuelle Ausstüttungsquote liegt bei 77%. Aktienrückkäufer haben wir schon in den News erwähnt. Ja, aktuell haben wir ein Aktienrückkaufprogramm und das beläuft sich auf 150 Millionen Aktien on top zu dem bestehenden Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen Aktien. Machen wir weiter mit der Gesamtkapitalrendite. Diese setzt sich wie immer zusammen, einmal aus dem Asset 83 Milliarden US-Dollar, dem EBIT 6,4 Milliarden US-Dollar und macht eine Gesamtkapitalrendite von 7,7%. Beim Vergleich der Peergroup sehen wir einmal Dr. Pepper, PepsiCo und die National Beverage. PepsiCo und National Beverage habe ich hier auch schon auf dem Kanal vorgestellt. Das macht einen Gesamtdurchschnitt von 15%, natürlich weil National Beverage eine extrem hohe Gesamtkapitalrendite hat und somit kommt Coca-Cola nur auf 51%. Wie aussagekräftig das natürlich jetzt ist, muss jeder wie immer selber für sich bewerten. Was denkt ihr darüber? Schauen wir uns die Segmente an, in denen Coca-Cola tätig ist. Coca-Cola berichtet in zwei Segmenten. Einmal Finish Product, also selbst abgefüllte Getränke und Concentrate, also Konzentrate, den Sirup, den man an die Abfülle verkauft. Jetzt schauen wir uns an, in welchen Regionen die Umsätze erzielt werden. Und hier sehen wir, dass in der USA knapp 42% der Umsätze erzielt werden. In Europa, Middle East und Afrika knapp 21%. Der asiatische Bereich macht gerade einmal 13,6% der Umsätze aus. Leider tut Coca-Cola nicht berichten, wie viel sie in den Segmenten verdient. Also wir sehen immer nur die Umsätze und das auch nur prozentual. Hier fällt aber auf, dass wir 2009 54% der Konzentrate hatten also dem Sirup. Das ist dann stark abgeflacht, man ist auf die Finish Products umgestiegen und switcht jetzt wieder zurück. Ob das einen Vorteil hat, werden wir gleich sehen, wenn wir uns die operative Marge angucken. Weil jetzt kommen wir nämlich zu wichtigen Kennzahlen. Und hier betrachten wir einmal die operative Marge, den Cashflow, den Buchwert, die Entwicklung der Verschuldung, das KGV, die Dividende und natürlich, ob es Aktienrückkäufe gibt. So, steigen wir direkt ein bei der operativen Marge. Und hier sehen wir, die Umsätze haben sich kaum erhöht. Auch die Gewinne haben sich kaum erhöht. Wir haben eine operative Margenschwankung von 36%. Was heißt das? Wir haben ein High der operativen Marge im Jahr 2018 mit 31% und ein Low im Jahr 2015 mit 20%. Aber wir sehen jetzt wieder, wir switchen ja gerade wieder um, die Gewinne nehmen jetzt wieder zu, der Umsatz baut wieder ab. Und es ist eigentlich nur eine Verschiebung von Umsatz wirklich eigentlich hin zu gewinnen, obwohl wir auch nicht bei Gewinnen im Peak sind. Und das ist etwas, ja, das ist relativ schwierig zu bewerten, weil es scheint nicht wirklich, dass Coca-Cola effektiv etwas macht, außer etwas, was man schon früher einmal gemacht hat. Beim Free Cashflow-Year-Aktie sehen wir, dieser ist durchschnittlich bei 1,57$, aber aktuell leider nur bei 1,28$. Also er hat abgebaut von 1,33$ bis auf 1,28$. Beim Buchwert sehen wir auch hier, wir haben Substanz verloren. 2009 5,38$ und ein Durchschnitt von 6,34$. Also wir haben erstmal wieder etwas Substanz aufgebaut. Dann kam wieder der Switch hin von fertigen Produkten zu dem Sirupverkauf und wir haben Substanz verloren. Das liegt aber auch darin, dass man natürlich jetzt wieder Abfüllanlagen und alles wieder verkauft hat an die Abfüller, an die man jetzt den Sirup verkaufen möchte. Bei der Verschuldung habe ich mir überlegt, ich werde nicht betrachten, wie hoch ist eigentlich das Unternehmen verschuldet, also wie hoch ist die Eigenkapitalquote oder die Fremdkapitalquote. Wichtig ist mir ja immer, wie hoch sind die Zinsaufwendungen von 2014 bis 2018, also innerhalb von 5 Jahren von 483 Millionen auf 919 Millionen US-Dollar erhöht haben. Der Durchschnitt liegt auch nicht bei besonderlich guten 766,4 Millionen US-Dollar, aber es zeigt ganz klar, dass das Unternehmen auf seinen Fremdkapitalen jetzt schon deutlich mehr Zinsen bezahlt als früher. Machen wir weiter und schauen uns die Dividende und das KGV an. Bei der Dividende sehen wir, diese wurde erhöht jedes Jahr von 82 Cent im Jahr 2009 bis auf 1,56 Dollar im Jahr 2018. Beim EPS sehen wir, dass diese ausgebaut werden konnte von 1,47 Dollar bis auf 2,08 Dollar, aber die Ausschüttungsquote ist im Schnitt bei 70,69 Prozent und aktuell bei 75 Prozent. Das KGV hat sich erhöht vom Jahr 2009 von 14,6 bis auf 20,4 und wir haben einen Durchschnitt von 23,63. Aktienrückkäufe hatte ich schon gesagt, wir haben aktuell wieder ein neues Laufen mit 150 Millionen Aktien on top zu dem alten von 500 Millionen Aktien. Wenn wir uns das jetzt alles im Vergleich anschauen, sehen wir, die operative Marge ist aktuell 28 Prozent höher als der Schnitt, der Cashflow je Aktie aktuell minus 18 Prozent unter dem Schnitt, der Buchwert, wir haben Substanz verloren, minus 32 Prozent, das KGV liegt aktuell 7 Prozent unter dem historischen Schnitt, die Dividende je Aktie liegt aktuell 32 Prozent über dem Schnitt, die Zinsaufwendungen sind aktuell 20 Prozent höher als der 5-Jahres-Schnitt. Jetzt schauen wir uns die Aussichten an. Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zunehmen sollen, der EBIT soll auch zulegen, der Gewinn je Aktie soll steigen und auch die Dividende je Aktie soll steigen. Analysten gehen davon aus, dass von 2017 bis 2021 der EPS im Schnitt um 5,19 Prozent pro Jahr zulegen wird und die Dividende um knapp 4 Prozent gesteigert wird. Das liegt natürlich auch daran, wir haben jetzt eine hohe Ausschüttungsquote von über 70 Prozent, hatten wir gesehen. Man kann jetzt natürlich die Dividende nicht mehr so hoch anheben wie früher. Machen wir weiter, was würde eigentlich Peter Lynch dazu sagen? Peter Lynch würde uns sagen, wir haben ein nicht-zyklisches Unternehmen, Margenschwankung 36 Prozent, ein Average Grower und das bedeutet, wir haben ein Gewinnwachstum zwischen 3 und 10 Prozent plus eine mittlere Dividende. Er würde empfehlen, betrachtet doch mal das KGV und das machen wir jetzt. Bei der Bewertung nach dem KGV von Peter Lynch sehen wir, wir haben das historische KGV von 23,63, ein KGV E für 2019 von 21,9, für 2020 von 20,4, macht eine Bewertung von 93 Prozent für 2019 und von 86 Prozent für 2020. Jetzt schauen wir uns an, wie hoch ist eigentlich der Levermann-Score? Da, wie immer, als allererstes, was haben wir eigentlich für ein Cap, Small, Mid oder Large, mit 198 Milliarden US-Dollar bewertet, haben wir ein Large Cap. Dazu kommt, die Eigenkapitalrendite liegt bei 33,76 Prozent, sprich ein Punkt. Die EBIT-Marge, 27,31 Prozent, ein Punkt. Die Eigenkapitalquote, 22,9 Prozent, null Punkte. Dazu kommt das KGV der letzten fünf Jahre, 29,27 Prozent, minus ein Punkt. Das aktuelle KGV, 21,9, minus ein Punkt. Dazu gibt es, dass die Analysten sagen, mehrheitlich aktuell sollte man kaufen, minus ein Punkt. Punkt Nummer 7, die Reaktion auf die Quartalszahlen, es ging minus 8,17 Prozent nach unten, minus ein Punkt. Punkt Nummer 8, Gewinnrevision, es ging leicht nach oben, 0,48 Prozent, null Punkte. Punkt Nummer 9, Kursverlauf der letzten sechs Monate, plus 1,7 Prozent, null Punkte. Dazu kommt der Kursverlauf der letzten zwölf Monate, 15,1 Prozent ging es nach oben, ein Punkt. Trendumkehr, nein, haben wir nicht, null Punkte. Im Vergleich zum Index haben wir mal so, mal so, also mal besser, mal schlechter abgeschnitten, null Punkte. Punkt Nummer 13, das Gewinnwachstum fürs nächste Jahr soll 8,13 Prozent betragen, also ein Punkt. Sprich, summa summarum, haben wir null Punkte, was bedeuten würde, kleiner 2, würde Susan Levermann eventuell sagen, verkaufen. Jetzt betrachten wir den Petrovski F-Score, dieser betrachtet wie immer Profitabilität, Finanzierung und operative Effizienz. Als allererstes, wie immer, haben wir einen positiven Jahresüberschuss, ja, das haben wir, ein Punkt. Haben wir einen positiven Cashflow, ja, das haben wir, ein Punkt. Ist die Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr, ja, das ist sie, ein Punkt. Ist der Cashflow größer als der Jahresüberschuss, ja, das ist er, ein Punkt. Punkt Nummer 5, hat sich der Verschuldungsgrad gegenüber dem Vorjahr verringert, ja, das hat er, also ein Punkt. Punkt Nummer 6, die Liquidität dritten Grades ist höher als im Vorjahr, nein, ist sie nicht, null Punkte. Punkt Nummer 7, Anzahl der Aktien nicht höher als im Vorjahr, doch, das ist sie, null Punkte, trotz Aktienrückkauf. Punkt Nummer 8, die Rohmarge ist höher als im Vorjahr, ja, das ist sie, also ein Punkt. Punkt Nummer 9, war der Kapitalumschlag höher als im Vorjahr, nein, das war er nicht, null Punkte. Summa summarum, 6 Punkte nach Petrovski. Petrovski. Lohnt sich eine weitere Betrachtung, fassen wir es nochmal zusammen. Also als allererstes, haben wir ein verständliches Geschäftsmodell, ja, das haben wir. Dazu kommt, die Gesamtkapitalrendite liegt bei 7,7%, ist sie akzeptabel, man könnte sie als akzeptabel bezeichnen. Haben wir eine Übersicht über die Segmente, in denen das Unternehmen Geld verdient? Ja, haben wir, aber wir haben keine Auskunft über die Margen oder wie viel Profit innerhalb der einzelnen Segmente erwirtschaftet wird. Punkt Nummer 4, haben wir ein zyklisches Unternehmen? Nein, haben wir nicht, weil wir haben nur eine operative Schwankung um 36%. Nach Peter Lynch haben wir einen Average Grower, das heißt, wir betrachten das KGV. Für 2019 könnte es bewertet sein mit 93% und für 2020 mit 86%. Dazu kommt, nach Susan Levermann haben wir 0 Punkte, was bedeuten könnte, verkaufen. Punkt Nummer 7, der Petrovski F-Score macht 6 Punkte. Jetzt wieder, was spricht für eine weitere Betrachtung? Und hier fällt mir aktuell eigentlich nur eine Sache ein und das ist die Übernahme von Costa Coffee. Aber ich habe 6 Punkte gefunden, die gegen eine weitere Betrachtung sprechen könnten. Punkt Nummer 1, die Gesamtkapitalrendite. 7,7% könnte man als in Ordnung bezeichnen, aber man könnte hier jetzt auch die Peer Group betrachten und da ist zum Beispiel National Beverage deutlich höher betrachtet. Dazu kommt die Segmentverschiebung, das ist für mich ein Hin und Her und wie sagt man schon an der Börse, Hin und Her macht Taschen leer vom Abfüller, also dass man selber abfüllt und jetzt auf einmal will man wieder nur den Sirup verkaufen. Vermutlich wird das nächste wieder sein, man wird wieder selber ein Abfüller. Dazu gibt es ein hohes KGV, wie ich es persönlich finde und dafür gibt es nur 5% EPS-Wachstum, weil man muss sich immer bedenken, der MSCI World hat ein durchschnittliches KGV von knapp 15% und liefert historisch gesehen eine Rendite von knapp 6% bis 8% pro Jahr. Dazu kommen die steigenden Zinsaufwendungen, der Petrovski F-Score lag nur bei 6% und nach Susan Levermann haben wir sogar eventuell nur 0 Punkte. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer eure Meinung. Lohnt sich für euch eine weitere Betrachtung von der Coca-Cola Company? Schreibt das gerne in die Kommentare, ja, nein, vielleicht, wieso, weshalb, warum? Oben rechts könnt ihr abstimmen, ob das Unternehmen Coca-Cola zum aktuellen Zeitpunkt für euch ein Kauf ist. Unten rechts könnt ihr kostenlos den Kanal abonnieren. Jetzt habe ich für euch auch nochmal eingeblendet, einmal National Beverage, Fizz und die Unternehmensvorstellung von Pepsi. Denn denkt immer daran, mein Name ist Philipp und ich bin überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Wohlenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und natürlich in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.